Moin und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute einmal ein Voice-Over. Warum, sage ich euch auch gleich sofort. Ja, Karl und ich, ihn seht ihr ja gerade rechts neben mir, sind in Nutbush Forest gewesen. Da waren wir jetzt ganz zwei Jahre nicht mehr, aber jetzt letzten Sonntag haben wir gedacht, wir machen da mal einen Besuch, einen Abstecher hin. Ewigkeiten habt ihr keine Videos von mir gesehen, es sind glaube ich mittlerweile knapp vier Monate. Und zu Beginn möchte ich mich erstmal an alle bedanken, die an Bord geblieben sind. Und hallo an alle, die neu sind. Ich hoffe auch, die künftigen Videos werden euch so gefallen wie die, weshalb ihr mich abonniert habt. Bis gleich. Und genau, jetzt seht ihr auch den Grund, warum ihr mich heute nicht vor der Kamera seht. Und das war ein richtiges Case-Fest dieser Tag, zumindest mal bis zu dieser Uhrzeit, wo ich die GoPro eingeschaltet habe. Es folgten auf jeden Fall noch ein paar mehr und ich bin einfach über die vier Monate ziemlich eingerostet. Leider, vor allen Dingen eben, was das Springen angeht. Deswegen hatte ich an dem Tag nicht wirklich einen Kopf, dann auch vor der Kamera zu sein. Wollte lieber die Zeit nutzen, halt so schnell es geht, wieder aufs Bike mich einzugewöhnen, wieder in die Luft zu kommen. Und genau, ich hoffe, ihr seht mir da auf jeden Fall nach. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Gegen Ende hin wurde es immer besser. Aber seht einfach selbst. Jetzt geht es erstmal wirklich los mit dem Video. Wooh! 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 Und das war es auch schon wieder mit diesem Video. Ich weiß, es war etwas kurz. Ich wollte es aber auf jeden Fall als Anlass nehmen, euch zu sagen, für mich hat die Saison begonnen. Mein Fahrrad läuft. Ich habe jetzt wieder Zeit. Keine Klausuren stehen mehr an. Also kommen jetzt auch wieder regelmäßiger Videos. Und ich hoffe, dass mir das Video gefallen hat. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, kakao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.